Kapitel 2 Psyche krallt sich eine Dose Hautcreme Es muss doch furchtbar sein, wenn man von Geburt an super gut aussieht. Nein, ernsthaft, denkt mal drüber nach. Psyche hätte eine glückliche Kindheit haben können. Ihre Eltern waren König und Königin einer griechischen Stadt. Sie hatte zwei ältere Schwestern, darum hatte sie keinen Druck mehr, wie gut sie in der Schule war oder wen sie heiraten sollte. Sie hätte sich eigentlich zurücklehnen, ihr Leben als Nesthäkchen-Prinzessin genießen und was immer sie wollte, aus ihrem Leben machen können sollen. Bedauerlicherweise war sie wunderschön. Ich rede hier nicht von normaler menschlicher Schönheit. Ihre Schwestern waren normal schön. Wenn Psyche etwa so attraktiv wie sie gewesen wäre oder auch nur eine Spur attraktiver, wäre das kein Problem gewesen. Aber als Psyche zu einer Teenagerin heranwuchs, entwickelte sie sich von »Oh, das kleine Mädchen ist so hinreißend« zu »Oh, meine Götter, oh, wow, sie ist super heiß!« Sie konnte nicht mal ihr Schlafzimmerfenster öffnen, ohne dass hundert Typen sich in der Straße darunter versammelten, zu ihr Hoch riefen, applaudierten und Blumen warfen, was richtig weh tat, wenn sie in ihrem Gesicht landeten. Wann immer sie durch die Straßen ging, brauchte sie vier Bodyguards, um all die Bewunderer fernzuhalten. Sie war nicht hochnäsig. Sie hielt sich nicht für besser als alle anderen. Sie wollte die ganze Aufmerksamkeit gar nicht. Tatsächlich wollte sie eigentlich nur ein normal aussehendes Mädchen sein, aber sie konnte sich nicht wirklich bei jemandem darüber beklagen. »Ach, du Arme!«, würden ihre Freundinnen von Neidgrün im Gesicht sagen. »Du bist zu hübsch, das muss ja echt schlimm sein!« Je älter sie wurde, desto schwieriger war es für sie, Freunde zu finden. Jeder in der Schule behandelte sie mies. Sie schlossen sie aus, brachten Gerüchte im Umlauf, denn sowas machen Leute, wenn sie sich bedroht fühlen. Aber ich schätze, wenn ihr schon mal irgendwo auf irgendeiner Schule wart, wisst ihr das alles schon. Psyches zwei Schwestern waren die schlimmsten. Sie waren vordergründig nett, aber hinter ihrem Rücken sagten sie die gemeinsten Sachen und ermutigten jeden, auch gemein zu sein. »Ach, na ja«, denkt ihr jetzt sicher, »wenigstens konnte sie durch ihr gutes Aussehen jeden Typen haben, den sie wollte, oder?« Psyche war derart hübsch, so einschüchternd schön, dass es kein Mann wagte, sie nach einem Date zu fragen. Sie wurde bewundert, ja. Die Männer warfen Blumen, sie seufzten und bestaunten ihr Gesicht und malten Bilder von ihr im Unterricht, aber sie liebten Psyche etwa so, wie man seinen Lieblingssong liebt oder Lieblingsfilm oder die besten Bilder auf DeviantArt. Psyche war jenseits der Realität. »Perfekt, weil sie unerreichbar war. Unerreichbar, weil sie perfekt war.« Psyches Eltern warteten auf Heiratsangebote. Keine kamen. Ihre Schwestern, die lediglich normalsterblich hübsch waren, heirateten reiche Männer, die Könige anderer Städte waren. Aber Psyche blieb im Palast ihrer Eltern, ganz allein, ohne Freunde oder einen Freund oder sonst jemanden. Das frustrierte Psyche, aber die Bewunderung der Bevölkerung riss nicht ab. Als sie siebzehn war, hatte das Volk eine lebensgroße Marmorstatue von ihr auf dem Marktplatz errichtet. Legenden verbreiteten sich, dass sie gar kein Mensch sei. Sie war eine Göttin, vom Olymp herabgestiegen. Eine zweite Aphrodite, eine bessere Aphrodite. Die Einwohner benachbarter Reiche kamen zu Besuch, in der Hoffnung, einen Blick auf sie zu erhaschen. Ihre Heimatstadt wurde reich durch den Psyche-Tourismus. Es gab T-Shirts, Führungen wurden angeboten. Eine ganze Kosmetiklinie wurde aufgesetzt, mit der Garantie, dass man damit aussehen würde wie Psyche. Psyche versuchte das zu unterbinden. Sie war fromm und klug, Eigenschaften, die niemand je bemerkte, denn sie war halt hübsch. Sie sagte immer ihre Gebete und brachte Gaben zu den Tempeln, denn sie wollte die Götter nicht erzürnen. Ich bin keine Göttin, sagte sie den Leuten. Hört auf, das zu behaupten. Na klar, murmelten die Leute, sobald sie weg war, und wie sie eine Göttin ist. Psyches Beliebtheit wurde viral. Bald schon strömten die Massen im ganzen Mittelmeerraum auf Pilgerfahrten zu ihr, anstatt zu den Tempeln Aphrodites zu gehen. Ihr könnt euch bestimmt denken, wie das bei Aphrodite ankam. Eines Tages schaute die Göttin von ihrem persönlichen Schönheitsthermalbad auf dem Olymp herab und erwartete Horden von Fans sie in ihrem Haupttempel auf Kythera anhimmeln. Stattdessen war der Tempel leer. Auf dem Boden lag eine Staubschicht, der Altar lag brach. Selbst die Priester waren fort. Auf einem Schild am Eingang stand geschrieben, sind Psyche anhimmeln, BBL. Was ist hier los? Aphrodite schrag hoch und ruinierte dabei fast ihre Maniküre. Wo sind denn alle? Warum betet mich niemand an? Wer ist Psyche? Ihre Diener wollten es ihr nicht sagen, denn sie hatten die Göttin schon wütend gesehen, aber es dauerte nicht lange, bis sie es herausfand. Nach ein paar Minuten Beobachtung der sterblichen Welt und ein paar Hashtags suchen, wusste sie alles über Psyche. Oh, Hades, nein, grollte Aphrodite. Ich bin die wichtigste und schönste Göttin des Universums und ich werde von einem sterblichen Mädchen in den Schatten gestellt. Eros, komm her! Manchen Legenden zufolge war Eros sogar noch älter als Aphrodite. Andere Legenden schreiben, dass Eros ihr Sohn war. Ich weiß nicht, was davon stimmt, aber in dieser Geschichte behandelt Aphrodite ihn wie einen Sohn. Vielleicht war er das oder vielleicht ging Aphrodite auch nur davon aus und Eros hatte zu viel Angst, sie zu korrigieren. Wie auch immer, der Kerl war der Gott der romantischen Liebe, sowas wie das männliche Gegenstück zu Aphrodite. Er ist unter seinem römischen Namen bekannter. Kupido. Soll das heißen, er war ein pummeliges Valentinsbaby mit winzigen Flügeln, einem kleinen Bogen und niedlichen Pfeilchen? Nicht so wirklich. Eros war teuflisch gut aussehend. Alle Frauen wollten sein Foto als Desktop-Hintergrund. Ihr wollt Details? Äh, sorry, ich hab keine. Ähnlich wie Aphrodite sah er immer genau so aus, wie man ihn sich vorstellte. Also, Ladies, stellt euch euren perfekten Mann vor. Und jetzt wisst ihr, wie Eros ausgesehen hat. Er schlenderte in das Gemach seiner Mutter, stolzierte in seiner eng anliegenden Jeans und modisch aufgerissenem T-Shirt. Sein Haar perfekt zerzaust und seine Augen funkelten vor Unfug. Sein Titellied, I'm Too Sexy, spielte im Hintergrund. Ich denk mir das alles natürlich aus, ich war nicht wirklich dabei. Was geht? fragte er. Was geht? kreischte Aphrodite. Hast du noch nichts von diesem Psyche-Mädchen gehört? Passt du überhaupt nicht auf, was in der sterblichen Welt geschieht? Ähm. Eros rieb sein perfekt geformtes Kinn. Psyche? Nein, klingelt nichts bei mir. Aphrodite erklärte, wie Psyche all ihre Follower und Opfergaben stahl und all die Schlagzeilen in der Klatschpresse. Eros wankte nervös. Er mochte es nicht, wenn Aphrodite wütend wurde. Denn dann ließ sie gerne Sachen in hübschen, pinken Explosionen in die Luft fliegen. Und was soll ich jetzt dagegen tun? Aphrodite funkelte ihn an. Was du dagegen tun sollst? Deinen Job? Deine Pfeile lassen Sterbliche sich ineinander verlieben, oder nicht? Finde dieses Gehör und erteile ihr eine Lektion. Lass sie sich in den ekelhaftesten, furchtbarsten Mann der Welt verlieben. Vielleicht einen stinkenden alten Bettler oder einen Gewaltverbrecher. Mir egal, überrasch mich. Sei ein guter Sohn. Psyche soll ihre Schönheit bereuen. Natürlich bereute Psyche ihre Schönheit schon längst, aber Aphrodite wusste das nicht. Dieser Gedanke hätte sich niemals in ihr unsterbliches Gehirn verehrt. Eros flatterte mit seinen gefiederten weißen Flügeln. Oh, ja, er hatte riesige Flügel. Hatte ich das schon erwähnt? Alles klar, bin dran, äh, Mom. Keine Sorge. Eros flog von Aphrodites Thermalbad los. Er flog in Kreisen auf die sterbliche Welt zu, bestrebt, seine Mission zu erfüllen. Er war neugierig auf dieses Mädchen und warum es den ganzen Wirbel um sie gab. Er liebte es total, komplett gegensätzliche Leute zu verkuppeln. Vielleicht würde er sie sich in einen Gebrauchtkutschenverkäufer verlieben lassen oder einen alten Knacker mit einer ansteckenden Hautkrankheit. Das wäre doch wahnsinnig witzig. Oh, ja, kicherte Eros in sich hinein. Psyche wird sich wünschen, mich nie gesehen zu haben. Wie es sich herausstellte, hatte er recht, aber nicht so, wie er sich das gedacht hatte. Währenddessen unten im Palast hasste Psyche ihr Leben. Ihre Schwestern waren verheiratet und ausgezogen. Sie hatte keine Freunde. Sie war allein mit ihren Eltern und ein paar Bodyguards. Sie verbrachte die meiste Zeit in ihrem Bett mit zugezogenen Vorhängen und der Decke über dem Kopf, weinend und untröstlich. Natürlich waren ihre Eltern besorgt. Außerdem hatten sie gehofft, eine gute Ehe für sie zu arrangieren, denn das brachte viele Vorteile wie Militärallianzen und gute Presse. Sie verstanden nicht, wie solch eine schöne, berühmte Tochter, die nächste Aphrodite, so mies drauf sein konnte. Der König ging bei ihr vorbei. Liebling, was bedrückt dich? Was kann ich tun? Psyche schniefte. Lass mich einfach sterben. Ich dachte eigentlich eher an eine Tasse heißen Kaba oder einen neuen Teddy. Daddy, ich bin 17. Wie wär's damit? Ich geh nach Delphi und befrage das Orakel. Der Gott Apollos sollte uns beraten können. Hatte ich nicht schon erwähnt, dass nach Delphi zu gehen eigentlich immer eine blöde Idee ist? Der König ging trotzdem. Er fragte das Orakel, wie er seiner Tochter einen guten Ehemann beschaffen könnte. Die Orakelfrau inhalierte das Vulkangas und sprach mit tiefer, männlicher Stimme der Stimme von Apollo. Verzweifle, oh König, bellte die Frau, was nie der Eröffnungssatz ist, den man gerne hört. Deine Tochter wird keinen Sterblichen heiraten. Sie ist bestimmt ein Monster zu Ehelichen. Ein wildes, barbarisches Biest, das selbst die Götter fürchten. Kleide dich bei ihrer Hochzeit, wie du dich für eine Beerdigung anziehen würdest. Bring sie zu der höchsten Felsspitze deines Königreichs. Dort ereilt sie ihr Schicksal. Schallalalaalaala echote es in der Höhle. Die Stimme des Orakels wurde wieder normal. Danke für deine Opfergabe. Einen schönen Tag noch. Als der König wieder zu Hause war, ging er zu seiner Tochter. Liebling, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute ist, dass du einen Ehemann bekommen wirst. Als Psyche die Prophezeiung gehört hatte, wurde sie ganz still und starr, was für ihre Eltern noch gruseliger war, als ihr Weinen. Sie akzeptierte ihr Schicksal. Sie hatte ja sterben wollen, oder nicht? Scheinbar hatten die Götter ihren Wunsch erhört. Sie würde ein Monster heiraten, und sie nahm an, heiraten wäre ein anderes Wort für in Stücke gerissen und als Teil eines ausgewogenen Frühstücks des Monsters verschlungen werden. Ihre Eltern weinten, doch Psyche nahm ihre Hände. Weint nicht wegen mir. So etwas passiert, wenn Sterbliche die Götter herausfordern. Ich hätte diesen neue Aphrodite-Mist viel früher stoppen sollen. Ich wusste, dass das nicht gut enden konnte. Ich bin keine Göttin. Ich bin nur ein Mädchen. Wenn mein Tod die Sache wieder in Ordnung bringt und die Stadt vor dem Zorn der Götter bewahrt, bin ich einverstanden. Das wäre das erste Mal, dass ich etwas Gutes mit meinem Leben angefangen hätte. Ihre Eltern fühlten sich furchtbar. Aber sie hatten direkte Anweisungen vom Gott Apollo bekommen, und man ignorierte Apollo nicht, außer man wollte von einem Hagel aus Feuerpfeilen durchsiebt werden. Als sich diese Neuigkeit verbreitete, begann in der ganzen Stadt eine Zeit der Trauer. Ihre göttlich-schöne Prinzessin, die wiedergeborene Liebesgöttin, würde einem Monster auf der höchsten Felsspitze des Königreichs geopfert werden. Das wäre gar nicht gut für die hießige Psyche, Trademark, Kosmetikbranche. Psyches Eltern trugen ihre schwarzen Seidenroben für die Beerdigung. Sie bedeckten Psyches Gesicht mit einem schwarzen Brautschleier und drückten ein Bukett schwarzer Blumen in ihre Hand. Sie begleiteten sie zum Rand des Königreichs, wo eine 200 Meter hohe Felsnadel in den Himmel ragte. Jahrhunderte zuvor waren Stufen dort hineingemeißelt worden, damit man die Nadel als Aussichtsturm nutzen konnte. Psyche erklomm die Stufen alleine, bis sie oben ankamen. Das war's dann wohl, dachte sie, als sie den Felsboden weit unter sich sah. Ich hoffe nur, ich werde mit einem durchschnittlichen Aussehen wiedergeboren. Oder hässlich. Zur Abwechslung wäre hässlich auch mal nett. Sie hatte keine Angst, was sie irgendwie überraschte. Eigentlich fühlte sie sich zum ersten Mal seit Jahren im Einklang mit sich selbst. Sie wartete kurz, um zu sehen, ob ein Monster aus dem Nichts auf sie niedersausen und sie in zwei beißen würde. Als nichts geschah, beschloss sie, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und sprang.